Ja, herzlich willkommen! Heute lernen wir eine sehr schöne böhmische Bolka. Diese nennt sich die Czebska-Bolka. Wir spielen sie nun einmal kurz durch und dann arbeiten wir diese Stück für Stück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, nun beginnen wir mit dem ersten Teil. Wir suchen wieder den Gleichton. Und das ist unser erster Griff. Die Tonleiter hinauf und wieder hinunter. Also, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, es geht weiter. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und Zug, Gabelgriff, Basswechsel, entweder auf die zweite Bassreihe oder auf den Bass der vierten Reihe, auf der ersten Bassreihe. Noch einmal, Gabelgriff, zurück auf die zweite Reihe, zurück auf die erste Reihe, und wieder zum Gabelgriff. Und bei diesem Takt, also, verwendest du den Bass der vierten Reihe oder Bass der zweiten Reihe, je nach Bassbelegung. Und wieder Druck, Bass der zweiten Reihe, verwenden. Einen Takt, also eine ganze Note, kompletten Takt spielen. Und dann auf diesen Griff wechseln. Diesen hättest du acht Schläge aus, also zwei Takte. So, nochmals die Wiederholung von vorne. Drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Basswechsel. Eins, zwei, drei, vier. Und Druck. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, wir bleiben auf diesem Griff hier. Wir bleiben auf diesem Griff. Na, vielen, vulnerabilities. Wir bleiben auf diesem